Heute tanzen wir ausnahmsweise mal aus der Reihe, denn pünktlich um 14 Uhr begann der Faschingsumzug in Sjörgeswalde. Und da wir euch nicht so viel vorenthalten möchten, gibt es statt 90 Sekunden Überlänge zu sehen. Unter dem Motto 35 Jahre Zeitgeschehen könnt ihr heute sehen, gab es viele Themen, die für den Umzug und die Wagenbilder verwendet wurden. Eröffnet wurde der Umzug durch die Moderatoren Heiko Harik und Andreas Thomas. Ca. 10.000 Besucher wurden heute erwartet. Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Anschauen. Wir haben alles. Vom Elefant über den Löwen. Hallo. Freiland, hallo ist das Auto. Alle Tiere sind bei uns gerade gesehen. Freiland, hallo ist das Auto. Aaaaaaaaaaaaah. Natürlich eine Teil von unserem Elberhard und unsere Funken! Wir wollen Vitamine... Die Kamera ist konzentriert! Sie gehört in die Aserwattkammer! Let's go there! Let's go there! Let's go there! Das ist! Du hast die Handysche! Wuh! 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 Vielen Dank.